Musik Ciao zusammen, das ist der Orlando Kreuzberg. Und das ist Sven Ruth. Ich spiele bei der U16B von der Unjörg AG United. Und wir gehen im Januar 2018. Man hat ein Zinke-Floorball gehabt auf ein Zinke logischerweise. Und ja, wenn wir den Glück haben, wir freuen uns sehr auf das große Abenteuer. Der Abenteuer ist finanziell sehr kosteintensiv. Und das Elbon ist für die meisten Sponsoren. Wir gehen noch nicht schaffen. Somit möchten wir allen Göttern und Sponsoren herzlichen Danken. Der Orlando und ich sind eure Videokommentatoren in diesem Video. Bald ist es soweit. Am Ziersten wünsche ich mir eine schöne Feststellung. Und einen guten Rutsch.